willkommen zurück zu einer weiteren folge von turmoil und heute geht es weiter das wird einer der letzten folgen sein denn haben die das letzte gebiet fast vollkommen fertig heißt vielleicht diese und nächste folge noch und dann war es das quasi schon so machen wir das beste draus indem wir hier direkt mal nach öl suchen genau genau direkt die ölbauplattform auswählen und die finden sicher gleich etwas ganz in der mitte wollen wir direkt mal runter und verbessern auch das rohr so ich denke mal da werde ich einfach ein neues rohr hin verlegen das haben wir ganz knapp verpasst das natürlich sehr schön so verbessern wir die wagen der preis bleibt recht gut so dann können auch hier die rohr mal verbessern kein geld mehr jetzt aber dann setzen wir mal ein paar maulwürfel hier hin haben wir ein bisschen bessere übersicht so fünf stück beschleunigen dann noch ein bisschen die zeit preis bleibt weiterhin gut ich glaube das kann ich von hier aus verlängern ich glaube ich mache aber so zwischen zwischenschritt das war knapp ok kommen wir erstmal hier runter ok das liegt ziemlich weit unten dann wir sollten jetzt links verkaufen machen das einfach das ist relativ klein also verbessern wir weiter in die wagen und dann verbessern wir das hier auch mal wir hatten bisher ziemlich viel glück ziemlich gute preise setzen wir mal noch zwei sagen wir mal drei hin und noch ein paar maulwürfel die finden bestimmt noch was und ich sollte hier vielleicht die rohre mal verbessern oh wir haben gas gefunden da haben wir auf jeden fall gas das ist auf jeden fall interessant ja verkaufen ein bisschen bisschen öl verkaufen so die haben noch mehr gefunden ich glaube ich mache einfach eine weitere ölbauplattform oder wobei ich meine die können wir wieder verwenden also mal schauen wo das öl ist da haben wir es und dazwischen gibt es keine störungen also können wir einfach dort ran so mal schauen das ist natürlich schön eingebettet in gestein ich frage mich wo das ist schauen wir mal hier schauen wir mal hier ganz unten so ok ich meine das müsste ja hier irgendwo sein ist wahrscheinlich ganz unten ja aber es ist gas also weiß ich ja nicht verbessern wir auf jeden fall die rohre bauen wir noch ein paar silos oh wir haben diamanten gefunden sehr schön jetzt können wir mal links weiter verkaufen viel gas ist das sieht auch nicht nach viel aus oder ne nicht wirklich sieht aber nach viel öl aus also machen wir das mal so holen wir uns den felsenbohrer machen das einfach mal so also macht euch breit ganz viel öl sollte jetzt raussprudeln irgendwo da unten müsste ja auch öl sein ok das hatten wir schon lange nicht mehr dass es hier fast überläuft dann stoppen das mal setzen wir mal zwei weiter hin ich weiß wirklich nicht wo das öl sein soll ja ok ganz unten kommen wir nicht mal wirklich ran da das sollte jetzt aber reichen oder ja tut das sehr schön das wird wahrscheinlich auch nicht sonderlich viel sein also brauchen wir uns da nicht große mühe geben es könnte vielleicht noch ein bisschen gas geben jetzt setzen wir mal noch keine ahnung vier weitere hier hin Öl gibt es wahrscheinlich keins mehr also ich meine die haben schon viel rum gesucht aber ich glaube nicht dass wir was finden werden wir werden auf jeden fall einen diamanten gleich verwenden um noch quasi die besten böden herauszuholen ja ok es wird kein weiteres öl mehr geben dann nutzen wir hier einfach mal den hohen preis verkaufen einiges und das hier ist fast auch schon fertig also machen wir uns da keine großen sorgen mehr drum und ja den letzten Rest verkaufen wir mal rechts so das war es werden wir es wir haben alles gefunden also es war jetzt kein abenteuerlicher boden 20.000 gewinnen also das ist ganz in ordnung 1 dollar 18 pro fass am meisten für die hoch ausgegeben danach wagen und maulwürfe wie gesagt kein sonderlich guter boden aber das ändern wir jetzt wir haben schließlich zwei diamanten stark ricardo hat sogar wieder verlust gemacht und wir haben doppelt so viel wie blanche gut benutzen wir einen der diamanten wir haben hier schließlich zwei also das würde ich auch ganz gern mitnehmen dann landauktion und starten wir mal so so er sagt also hier oh moment mal das ist die letzte fläche das ist hier die letzte folge huch mit was nein ich hab den einen diamanten nicht benutzt ach menno ja egal 11 prozent aktien 11 prozent ja holen wir uns einfach 30.000 ich meine das kann ja nicht schaden da ein bisschen musik moment das sollten auch die letzten aktien sein kann das sein 74 plus 11 sind 85 90 95 100 ok gut dann holen wir uns die auf jeden fall aber ich will auch nicht zu viel ausgeben ich meine da 30.000 gerade so bevor daisy die kaufen kann damit haben wir knapp über 200.000 wow das schaut euch mal an wie viel geld ich habe also man hätte es quasi nicht perfekter machen können 200.000 202 dollar perfekt und schon ist es zerstört egal so ok dann wird das wohl das letzte stück land sein und links haben wir uns die guten preise gekauft es wird wahrscheinlich auch kein genialer boden sein aber immerhin so direkt verbessern und ja ich glaube ich baue eine neue Ölbauplattform dafür und dann bauen wir mal da runter ui ok das ist so ein ziemlich breites Ölvorkommen das ist interessant so als nächstes verbessern wir hier wobei setzen wir mal schnell noch zwei davon hin und dann verbessern wir hier die Wagen und dann machen wir mal fünf Eulwürfe so der hat noch mehr Öl gefunden dann dann schauen wir hier ok da haben wir aber auf jeden Fall Öl so und so ich würde sogar mal den Wagen nochmal verbessern kann auch direkt links weiter verkaufen dort haben wir noch mehr Öl scheint gar nicht so schlecht zu sein bauen wir mal ein Silo ok verbessern wir das das vielleicht erstmal noch nicht aber das hier auf jeden Fall setzen wir mal drei weitere davon hin und schicken mal noch ein paar Maulwürfe runter ich glaube ein paar mehr Pferde können auch nicht schaden dann verkaufen wir links weiter so so ok wahrscheinlich hier irgendwo unten wir haben hier auf jeden Fall schon mal Gas das ist ganz interessant ja der hat es wahrscheinlich ganz ganz weit unten gefunden keine Ahnung wo das jetzt sein soll wir haben hier auf jeden Fall Gas das ist eher kleiner also ich werde das jetzt einfach hier zum beschleunigen nutzen einfach mal so warum ich habe keine Ahnung wo das Gas äh wo das Öl sein soll naja gut es kann sein dass wir ein paar mehr Pferde brauchen noch ist der Preis ganz gut das ist wahrscheinlich hier irgendwo ganz weit unten das ist wahrscheinlich hier irgendwo ganz weit unten das ist auch nicht ok dann wird es hier irgendwo unten sein ja ok ich sehe es schon so hören wir auch auf zu verkaufen viel mehr Öl scheint es nicht zu geben viel mehr Gas aber auch nicht jetzt setzen wir nochmal keine Ahnung drei Stück vier Stück hier hin lassen sie ein bisschen die Gegend erkunden machen wir es so verbessern wir das auf einmal ich glaube wir brauchen noch ein neues Silo machen wir einfach mal eins kann ja nicht schaden so schauen wir mal hier nach hier nach hier nach und verbessern wir das Silo ein klitzekleines Stück wir haben Gas gefunden ich weiß nicht sind da viele Steine da sind viele Steine sind da viele Steine ok es ist wirklich winzig das Vorkommen es lohnt sich fast schon gar nicht aber wir kriegen halt 1000 Dollar wenn wir das beschleunigen beziehungsweise wenn wir das Gas rausholen so machen wir ein super Silo ja das hat wirklich sehr kurz nur gehalten ich warte jetzt auf den Preis der auf über einen Dollar steigt ok das war auch praktisch das gesamte Öl was es gibt ich setze einen letzten Maulwurf hier raus aber das wird jetzt hier nicht besonders sein ok 1 Dollar 5 Cent steigt das noch ein bisschen ja steigt noch ein bisschen aber verkaufen wir mal jetzt schön über 1 Dollar sehr schön ok das war es dann glaube ich und dann beenden wir das Level sehr schön 18.000 ist natürlich wenig oh 21.000 ok ja es waren halt auch nicht die besten Böden vor allem jetzt hier ganz am Ende auf der rechten Seite gab es quasi gar nichts auf der linken Seite gab es dann noch Steine am meisten haben wir für die Wagen tatsächlich ausgegeben danach Rohre danach Maulwürfe dann gehen wir mal weiter und das war es quasi ja sehr schön huch Blausch hat natürlich noch mal schön 1.000 Dollar Verlust gemacht und ich habe das vierfache ja etwa das vierfache von Daisy und das war es quasi ähm ich habe Angst weil ich weiß ja wie das beendet da würde ich sagen wir beenden einfach hier mal kurz die Folge und dann nehme ich weiter auf ähm ja das war es mit der Folge Leute ich hoffe es hat euch gefallen die nächste Folge wird dann wahrscheinlich relativ kurz gehen aber naja ok ähm ja wie gesagt ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr mehr wollt dann lasst ein Like da und ein Abo um nichts mehr zu verpassen wir sehen uns dann im nächsten Video wieder Tschüss!